Mittelfeld, heftig gerungen wird's. Und auch der Spitzenreiter Ben Clef hat da alle Hände voll zu tun, sein Auto auf der Straße zu halten. Und Esbach mit einer Gewaltaktion auf den letzten Metern fliegen beide Fahrzeuge. Aber achten Sie auf das blaue Fahrzeug, wie dieser hier ins Ziel kommt. Auch eine Art, die Ziele hier zu überqueren. Ja, dramatisches Finale hier. Esbach und Ben Clef sind da kollidiert. Esbach kann noch als Vierter schließlich ins Ziel kommen. Das Ganze nochmal eindrucksvoll in der Wiederholung. Bis zum nächsten Mal.